aber komm wir können eins von uns beiden behaupten wir haben das level geschafft komm ich die röhren scheiße bleibt ja oben in dem planeten ne bazooka oder munizioran oder kann ich auch noch mal und dann passiert mir auch so was weißt du schon und das kann jetzt auch nicht keine ahnung das war ganz ehrlich ich habe dieses vertrauen in dich dass du das schaffst ich habe doch jetzt kommt jetzt mal bitte dich mal bitte ich bin ruhig ja da gibt es noch diese scheiße das wird immer schneller von augen klar ja das ist wenigstens konstante hat nein ist ja immer schneller und auch laber wird das immer schneller war schon immer so war das nicht immer gesundheit 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 ach es ist auch nicht mein liebige will okay war die nacht war es ich habe mich gerade eins auf getrollt ich konzentriere mich nicht du hast du gleich soll konzentrieren mit dir ganz entspannt reden kann man das mache ich doch und dann passiert sowas ich weiß nicht was da ist ja so kleiner böler spaß dich ja da schaffst du ja da schaffst du ja da schaffst du guck mal das lied sagt immer da schaffst du ach so ruhig ja da schaffst du ja da schaffst du wagen dass wir nicht gegen diese biene da immer fahne oder gegen die lol wir hättest zehnmal an diesen dingern schon sterben müssen ja keine ahnung du cheatest doch nein jetzt gehen die leben runter ja jetzt gehen die dinger runter das stimmt gut wir kriegen ab und zu mal hier noch paar bananen spiele diese schalte und jetzt wie das gefälle richtig los geht das gefälle aber wieder los ja ich hab dich doch gehabt donkey kong da war die hälfte die hälfte ich kann nicht ich kann nicht aufhören das spiel sagt ich kann nicht aufhören guck mal das spiel ich spiel gar nicht das macht das automatisch ja ich weiß dass der fehler ich habe das nicht gespielt das war computer was für dummer aussehen und zwar kommt man kann ja auch mit leben mein gott das content ich lass dann so lange laufen bist du dann wirklich was machst das lasse ich in einer dreistündigen folge laufen hat mich abgelenkt das warst du die ganze zeit auch immer meine ich doch nicht computer auf ich spiel doch nicht hör doch auf ich möchte doch nicht spielen ich kann noch zentos einfach nicht nein computer die computer stimme nicht die computer stimme sagt dass zentos gewinnen der woche folge vielleicht hat alles vielleicht ist behindert ja und nein das schießen aber oder geschafft nicht ich habe gerade keine ingame sound mehr hatte ja auch nicht ja die musik war weg ja ja und ich auch aber spielen kannst du noch jetzt zum ende war der top mit aber weg du musst ja für selbst unterhalten das funktioniert voll gut du sagst muss ich schaff das er schafft das nicht ich habe jetzt irgendwas schlimmes gemacht ich sehe dich in zwei stücke ich sehe dich in zwei stücke ich habe gerade verstanden du fix die fixe in zwei stücke hat das auch gesagt ich sehe dich in zwei stücken ich habe gesagt ich habe verstanden ich habe zwei stücke würde ich niemals sagen nein du doch nicht oh das oh oh warum halte ich den an weil du behindert bist vom den sonnen ich habe noch nicht das G gefunden G will andauernd haben weil du ein G-Fans ja man ich feiere den Opa ich mag das ja gar nicht warum die Kamera aus ja noch mal beschissen ist oder es schafft dass es enden ich kann mit dem dicken spielen in manchen level das ist behindert genetisch einfach so das ist halt die probi an die sache ich kann nicht immer mit jedem don gegen sich auch wenn ich das gerne mit den dicken dann gekommen ist wird kommt der so harina zu kuscheln ich weiß kuscheltier ist ja voll geil bananen fristen wenn das gut wenn auch so noch so ein kuscheligen anzug an hat und springst du ja wollte ich auch sagen warum springe ich eigentlich und so eine biene nimmst einfach als haushaltsgerät hast gesehen die hat die kann entweder dosen öffnen weil die ganz schnell ist es gut oder als kreissäge kreissägen arsch auf das als vom aber ich glaube die Dose geht kaputt dann egal hast du das blätter suche oder so schön mit mit metallspinne dachte ich habe mir den ruf hat dann ach doch also mal ganz ehrlich wie viel leben habe ich eigentlich noch keine ahnung 25 ja komm man muss es halt öfters probieren und wenn du die hälfte geschafft hast warum springe ich immer schon so früh das ist mein todesworteil in dem moment oder zu spät wo war das denn lorenquash ne hast du auch nachher gecheatet wo ich den trick gemacht habe da musst du einfach überlegen oder hier diese kirmesfahrt warum warum ich spring schon immer vorher aber der klatscht immer mit seinem hässlichen kopf unter diesem scheiß ast dass er nicht mit seinem anzug in diesen ast da reingeht und so hängen bleibt und die fsk 18 version wird da wenigstens zerschnitten ihr wisst ihr was leute ist bleib blät blät das behinderte blät du bist so ein cheater du hättest um sterben müssen eigentlich ja das ist schon das zweite mal passiert das war nicht alle und dann haben sie dich nur besiegt du bist schon mal weiter gekommen das kann schon ganz schön deprimierend sein ganz ehrlich kann das auch als kleiner scheiß hast du das für richtig schnell geschafft ich hätte jetzt gedacht dass ich doch an dieser scheiß maus sterbe vor das ding auf platz oder behindert bist bei mir stirbst aber wieder die das die verrät mir war dass ich am ende fast bin noch능 das LP ritschiratschiratschirvals mitsch VIQK warten und wenn ihr glaubt ist glaubt wenn du das was gewillt bist du auch relativ weit oben wieder raus gekommen ja ja das hat g g weg maus ja jetzt geschafft asimov also der baum ist ganz schön groß kommen das sind kleine donkeys wie groß sind was für maßstab haben die donkey kong wenn das eine normale abflussrohr ist oder ein industrieabfluss okay dann ist ein bisschen größer das ist das ist eigentlich keine ahnung über die größte donkey kong du ja damit wir uns ablenken können ganz ehrlich in manchen momenten denke ich einfach wie machst du das und dann ist es einfach nur ein zufall ist es auch das stimmt man darf ich natürlich gegen heißt das besiege alle gegner oder besiege die gegner besiege alle gegner danach war du hättest springen müssen danach war mitte gewesen die fresse wichser und dass die wir auch sie wieder am zocken wir haben schlafen im schlaf was denn münzen eingleich aber die anderen dinge hast du erst mal ein paar mehr mir egal kann jetzt zu level dankeschön eigentlich sollte ich keine kohle beim aufnehmen trinken dann kommt da kommt es immer aus sich raus genau noch nur das ja das am anfang war die spinne ja wenn du bei dem zweiten dingen rechts umgegangen bist ja weil du das genau wo 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 wo